Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich stehe hier vor Karls Kleiderschrank und ich habe mir gedacht, ich werde den Kleiderschrank heute mal ein bisschen aufräumen. Einmal komplett ausräumen, dann sauber machen. Also ich habe mir hier einen Staublappen geholt, weil so viel Dreck gibt es ja jetzt auch nicht unbedingt in einem Kleiderschrank, bis auf jetzt Staub. Und dann werde ich die ganzen Sachen alle sortieren, falten, irgendwie ja ein bisschen schön einräumen. Und zeige euch vielleicht auch noch ein paar, ich sage mal Lieblingsteile, so Sachen, die ich jetzt von seinen Sachen besonders schön finde. Was ich so, wo ich wahrscheinlich sehr traurig bin, wenn die ihm dann nicht mehr passen werden. Genau, ich zeige euch gleich mal, wie der Schrank bis jetzt aussieht. Und es ist halbwegs aufgeräumt, tatsächlich. Ich kann ihn jetzt hier einfach mal aufmachen. Ja, ihr seht jetzt natürlich nicht den kompletten Schrank, wobei hier oben, da sind gar keine Anziehsachen. Dementsprechend kann ich eigentlich auch die Kamera weiter runterstellen. Und ihr seht dann eher so den Bereich, wo wirklich die Sachen drin sind. Also hier unten drunter sind noch tatsächlich drei weitere Fächer. Wenn ich die dann einräume, dann stelle ich die Kamera runter. Ansonsten sage ich jetzt mal so ganz grob, gibt es hier schon so eine halbwegs mehr oder weniger Sortierung. Aber die Stapel sind alle so schief. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach, da muss ein bisschen System dahinter. Und da ich sehr viel Gefallen an dem Thema, so Organisation, Aufräumen, Sortieren und sowas gefunden habe, dachte ich, kann ich einfach mal hier bei dem Kleiderschrank von Karl weitermachen. Ich muss dazu sagen, ich sortiere jetzt nicht aus nach zu klein oder sowas, weil das habe ich vor kurzem erst gemacht. Und ja, alles, was jetzt da drin ist, passt ihm aktuell. Also das kommt jetzt auch nicht noch dazu. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich mal hier oben mit dem ersten Veranfangendes erstmal komplett ausräume. Das sind komplett alles Sommersachen. Wir haben hier kurzärmliche Bodies, also kurzärmlich mit Ärmel. Dann haben wir hier ärmellose Bodies, also sowas. Dann haben wir hier T-Shirts, beziehungsweise ein Tanktop hat er, glaube ich. Der Rest sind T-Shirts. Und hier drüben sind kurze Hosen. Da sind hier so die, die jetzt zur Zeit ihm passen. Und dahinter sind welche, die sind noch ein ganz kleines bisschen zu groß, aber passen eigentlich auch schon. Es kommt immer darauf an, was er dann für ein Oberteil dazu trägt. Also wenn er so ein übelst weites Oberteil trägt, dann sind die größeren Hosen da nicht so ideal. Aber wenn er jetzt was engeres oben drüber trägt, dann kann er auch so eine weitere Hose tragen. So, dann räume ich das jetzt erstmal eben alles aus. So, dann geht es jetzt ans Organisieren, also Falten. Und ich dachte mir, ich probiere es mal nach Farben zu sortieren. Da werde ich jetzt mal die Kamera ein bisschen anders aufstellen. Und dann gucken wir mal, was ich aus den Kurzarm-Bodies da erstmal hinbekomme. Ich wollte euch eben aber noch meine, ich sag mal, Lieblingsteile davon zeigen. Ich mag zum Beispiel diese Bodies hier. Also das ist so ein Set. Das ist von Zara. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video geunboxt. Die mag ich total gern mit den Tieren so. Das sind, glaube ich, fünf oder sechs Stück. Dann finde ich den hier auch super schön. Ich liebe Gelb. Also Gelb ist, glaube ich, aktuell meine absolute Lieblingsfarbe. Also wenn das keine Farbsortierung ist, weiß ich nun mal auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass dieser Stapel jetzt irgendwie nicht so ästhetisch aussieht, weil der hier so gebogen ist und keine Ahnung. Aber ich finde schon allein die Farbsortierung macht was her. Und ich werde diesen Stapel jetzt erstmal so, wie er ist, wieder in den Schrank räumen und dann mit dem, dem, dem und dem Stapel auch noch nach diesem Farbsortierung und dem Dunkel-Oben-Hell-Schema vorgehen. Und dann zeige ich euch das mal im Gesamten. So, ich präsentiere ein fertiges Fach. Ihr seht jetzt auch nochmal eingeblendet eine Nahaufnahme. Ja, das ist jetzt erstmal wirklich alles von unten dunkel nach oben hell sortiert. Ich finde, sie sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Und es wirkt auf jeden Fall ordentlicher, meiner Meinung nach, als vorher. Wo ich mir noch nicht so richtig eine Strategie überlegt habe, sind diese beiden Müllkörbe. Hier in dem einen befinden sich hier so Mützenschals, so Accessoire-mäßig. Tücher, dann eine kleine Sonnenbrille. Oh ja, das ist, ich präsentiere euch. Ich hatte auch mal so eine, die sah fast genauso aus. Wirklich fast genauso, bis der Karl sie mir kaputt gemacht hat. Ja, auf jeden Fall ist das aber auch ein absolutes Lieblingsteil von mir. Dann auch das Tuch hier, das habe ich neulich erst neu gekauft. Ich finde das irgendwie übelst süß, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, sind das hier so Accessoires. Die werde ich wahrscheinlich eher so nach Kategorien ordnen. Handschuhe, Mützen, Schals, Tücher und anderes. Und hier haben wir so Spuckwindeln. Aber halt nicht mehr viele, also er braucht ja nicht mehr viele. Die werde ich wahrscheinlich eher so nach Größe ordnen. Da kann man es so ein bisschen nach Farben sortieren, wenn ihr das seht. Und hier ist so mit türkisen Sternchen, dann ist hier eine Türkise. Und hier, die hier, die war mal so, naja, das erkennen wir mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr so in Richtung rosa Lachsfarben. Die habe ich mit Avocadoschalen selbst gefärbt. Aber das ist mittlerweile so rausgewaschen. Und hier habe ich auch noch eine. Das würde ich auch als mein Lieblingsteil bezeichnen. Ich finde sie so unfassbar süß. Genau, wir brauchen davon ja nicht mehr viele. Ich nehme die eigentlich nur zum Wickeln, um ihnen dann abzutrocknen. Also wenn ich ihn abgewischt, abgewaschen habe. Genau, das werde ich jetzt erstmal so sortieren halt ein bisschen. Da gibt es jetzt nicht so viel irgendwie mit Farben oder mit irgendeinem krassen System, sondern einfach nur ein bisschen ordentlich machen. So, und mit dem Fach bin ich auch fertig. Wir haben hier einmal Mützen bzw. eine Kapuze, hier so Tücher und Schals, Handschuhe, ja, und dann so andere Accessoires. Er hat zwei übelstüße Fliegen und seine Sonnenbrille. Und hier habe ich halt diese Spuckwindeln nach Farben, nein, nicht nach Farben, nach Größe sortiert. Genau, und hier unten ist das nächste, das ist das Sockenfach. Also hier links haben wir so Sneakersocken, dann haben wir hier so wild durcheinander lange Socken, Kuschelsocken und Strumpfhosen. Und ich glaube, ich werde die Strumpfhosen nach Farben sortieren. Und die Socken generell, die anderen einfach schön hier nochmal so in drei Kategorien da, ja, vorsortieren. Und die kurzen Socken sind jetzt auch halbwegs nach Farben sortiert. Dann haben wir hier diese langen Socken, Kuschelsocken, Strumpfhosen auch nach Farben. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Fach. Und zwar ist das eher so, also hier sind lange Sachen. Eigentlich würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ich glaube, das räume ich auch nochmal komplett anders ein. Und zwar haben wir halt hier lange, also lange Bodies und lange Pullover. Und hier haben wir lange Hosen und solche richtig dicken, gefütterten Hosen und lange Schlafanzüge. Ich glaube, ich mache die ganzen langen Sachen hier in ein Fach. Und hier unten ein Fach dann mit Unterwäsche, kurzen Schlafanzügen. Dann ist das hier so ein kurzer Einteiler. Genau, also dass ich das dann irgendwie so mache, vielleicht, ja, dass ich das irgendwie die ganzen kurzen Sachen zusammen, und die langen Sachen zusammen. Hier unten haben wir dann noch so Handtücher und sowas. Das ist eigentlich alles ziemlich schön sortiert hier unten. Ich glaube, das lasse ich auch so. Aber die zwei müssen auf jeden Fall nochmal ran. Und dann bei den Stapeln hier und da und da und überall werde ich es auch wieder nach Farben sortieren. Also von dunkel nach hell, von unten nach oben. Und dann bei den Stapeln. Und ich präsentiere das lange Sachenfach in sortiert und aufgeräumt. Ich muss noch dazu sagen, bei den zwei Wühlkörben oben habe ich tatsächlich doch noch Dinge aussortiert. Und ja, ich habe jetzt euch hier oben gar keine Lieblingsteile gezeigt. Ich muss sagen, also seine Pullover zum Beispiel finde ich alle ziemlich cool. Und dann hier die gelbe Hose. Wie gesagt, gelb ist meine Lieblingsfarbe. Ja, den Einteiler hier finde ich super, super schön. Der ist von H&M. Dann finde ich seine ganzen kleinen süßen Unterhosen alle so niedlich. Ja, und dann vielleicht noch ein Beispiel, was ich auch ziemlich cool finde, ist sein Dino-Schlafanzug. So, und damit ist auch dieses Fach sortiert. Ich werde euch die beiden Fächer noch mal in meiner Aufnahme zeigen. Und ja, das war es eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall für mich eine ziemlich coole Sache, mal so mir einen kompletten Überblick über seinen Kleiderschrank zu verschaffen. Ich hatte jedes Teil einmal in der Hand. Dann habe ich ja wie gesagt doch noch ein bisschen was aussortiert. Und finde es jetzt ziemlich cool, wie das nach Farben sortiert ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir verlinken unten drunter unser letztes Video. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auf dem nächsten Video wiedersehen. Ja, und dann bis zum nächsten Video.